kam einer zu Umar ibn Khattab. Er sagte zu ihm, ja Umar, ich trage meine Mutter auf meinen Nacken und ich mache mit sie Tawaf. Reicht das? Habe ich sie ein bisschen Riss gegeben? Nicht einmal ein Wehendruck. Nicht einmal ein Wehendruck von Geburt. Nicht einmal ein Wehendruck. Nicht einmal ein Wehendruck.